Ja, einen schönen guten Morgen. Freude und Leid liegen oft so eng zusammen. Wir haben vorher die Freude erlebt von vier Jungs, die hier vorne gesegnet wurden, aber wir haben die Woche auch Leid erlebt. Und ihr habt das mitbekommen, dass wir Cornelius diese Woche beerdigen mussten. Cornelius Wiens. Cornelius, er war in seinem Leben ein Zeuge dessen, was es bedeutet, als Christ zu Volk zu werden. Denn ihm war es sein Anliegen, das Evangelium Kindern zu bringen, in sein Land, dort, wo er gewohnt hatte. Aber in dem Land war es verwoten, das Evangelium Kindern weiterzugeben. Und so wurde Cornelius für seinen Glauben gefangen genommen. und er wurde auch ins Gefängnis eingesperrt. Und das, was für uns eigentlich heute in unserem Land total fremd war, das erlebte Cornelius damals. Jedoch müssen wir als Christen wissen, dass eigentlich Leiden und Bedrängnis um unseres Glaubens an Jesus Christus willen eigentlich der Normalzustand im Leben eines Christen ist. Denn neben Cornelius haben viele Christen in der Kirchengeschichte das erlebt. Und über 260 Millionen Christen heute erleben ganz persönlich Verfolgen, ganz persönlich Bedrängnis, weil sie an dem Namen Jesu leiden. Über 260 Millionen Christen erleben das, ganz persönlich. Aber dass wir in unserem Land als Christen schon lange Zeit, sogar Jahrzehnte in Frieden und Wohlstand leben, das ist nochmal Ausnahmesituation. Und ja, kein Normalzustand. Danke dir. Also nochmal, es ist Ausnahmezustand, aber kein Normalzustand. Denn die meisten Christen in unserer Welt erleben Verfolgung, erleben Bedrängnis, weil sie an Jesus Christus glauben. Aber wer weiß, was auf uns Christen in unserem Land Deutschland noch zukommt. Ich glaube, eins ist deutlich, dass wir beobachten, dass das einst so christliche Abendland Deutschland eigentlich immer mehr entchristianisiert werden soll. Ich weiß nicht, ob ihr das auch verfolgt. In unserer Gesellschaft findet heute eine Art Reformation gegen Gott und gegen das Christliche statt. Und so werden eine Menge von gottfeindlichen Themen proklamiert in unserer Gesellschaft. Und sogar im Reichtagsgebäude weht seit Neuestem die Regenbogenflagge. Ich glaube, der Gegenwind für die bekennenden, bibelteurenden Christen, sie wird zunehmen in unserem Land. Und das ist, wie gesagt, nichts Außergewöhnliches. Denn Jesus Christus hat selber gesagt, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Die Welt, die hat Jesus abgelehnt und gehasst und ans riesiges schreckliche Kreuz gebracht. Und das haben auch wir zu erwarten. Das ist der Normalzustand, als Christ zu leben. Natürlich, wenn wir das viele Jahre nicht haben, wenn wir in Wohlstand und Frieden leben, so in unserer Zeit, dann sinkt unsere Leidensbereitschaft, um Jesu Willen das zu ertragen. Und keiner von uns möchte derart leiden und verfolgt werden, wie beispielsweise die Christ in Nordkorea. Keiner von uns möchte das haben. Und deshalb müssen wir es lernen, ein Ja zur Bedrängnis und ein Ja zum Leid, um Jesu Willen zu finden. Aber wir fragen uns, wie kann das geschehen? Wie können wir ein Ja dazu finden, wenn der Gegenwind für uns Christen vielleicht in der kommenden Zeit schärfer wird? Und was hilft uns dann, in Bedrängnis auszuharren und siegerecht zu sein? Darüber wollen wir heute anhand unseres Textes im Lukas-Evangelium nachdenken. Unser Thema lautet Im Bedrängnis Haare aus. Im Bedrängnis Haare aus. Lass uns unsere Bibel aufschlagen zu Lukas Kapitel 22. Lukas Kapitel 22. Die Verse 63 bis 71. Lukas Kapitel 22. Lukas Kapitel 22. Die Verse 63 bis 71. Und die Männer, die ihn, Jesus, festhielten, verspotteten und schlugen ihn. Und als sie ihn verhüllt hatten, fragten sie ihn und sprach, Weissage, wer es ist, der dich schlug. Und vieles andere sagten sie lästernd gegen ihn, Jesus. Und da das Tag wurde, versammelte sich die Ältestenschaft des Volkes, hohe Priester sowie Schriftgelehrte und führten ihn hin in ihren hohen Rat. Und sagten, wenn du der Christus bist, so sag es uns. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich es euch sage, so würdet ihr nicht glauben. Wenn ich aber euch fragen würde, so würdet ihr mir nicht antworten. Von nun an aber wird der Sohn des Menschen sitzen zu rechnen, der macht Gottes. Es sprachen aber alle, du bist also der Sohn Gottes. Er aber sprach zu ihnen, ihr sagt es, ich bin es. Sie aber sprachen, was brauchen wir noch Zeugnis, denn wir selbst haben es aus seinem Mund gehört. Lass uns noch mal beten. Unser Vater im Himmel, danke für dein Wort. Danke, Jesus, für dein Vorbild, wie du mit Leid, mit Bedrängnis umgegangen bist. Und wir bitten dich um Gnade, Jesus, wenn wir diesen Text anschauen. Gnade für uns, dass wir durch deinen Geist lernen von dir und verändert werden in deinem Bild immer mehr. Amen. In unseren Versen sind wir in der Passionswoche am grünen Donnerstag und am Karfreitagmorgen angekommen. Und hier finden wir uns im Anfangsstadium der Leiden und Bedrängnis Jesu im Haus des Hohen Priesters vor dem Hohen Rat. Jesus, er wurde ja gefangen genommen in Gethsemane da oben eingekreist und er wurde in das Haus des Hohen Priesters gebracht, nämlich das von Kaifers. Ich selber, ich war schon mal in Israel gewesen und so sieht dieses Haus aus in Jerusalem, das Haus des Hohen Priesters, Kaifers. Und dort befindet sich Jesus in der Höhle der Löwen. Und wie Stefan vor Wochen so gut formulierte, versuchte hier die Finsternis, das Licht der Welt, auszulöschen. Und das war die Stunde der Finsternis, wohin sich Jesus freiwillig begab, um den Weg ans Kreuz als Erlösung aus der Finsternis für uns Menschen zu bewirken. Also Finsternis umgab Jesus in diesen Stunden den Sohn Gottes. Und wir sehen das an dem, was Menschen ihm zufügten an den Text. Und wir sehen das an dem Umgang des Hohen Rates mit Jesus. Arnold Fruchtenbaum hat ein sehr gutes Buch geschrieben, das Leben des Messias. Und er schreibt darin, dass die führenden Israels, um Jesus schnell beiseite zu schaffen, selber 22 ihre eigenen Gesetze und Regeln brachen, um das ganz schnell abzuwickeln, dem Fall Jesus. Wir werden noch später sehen, einige davon, wo sie das gebrochen haben, diese Regeln. Lukas, er berichtet uns in seinem Bericht eine andere Reihenfolge, und er ist nicht so detailliert wie Matthäus und Markus beispielsweise. Darum herum passieren noch mehrere Dinge, die Lukas nicht aufschrieb. Jedoch, alle berichten das Bekenntnis, dass er der beheißene Messias ist. Und das ist der Urteilsspruch gewesen, der Jesus schlussendlich ans Kreuz brachte. Nun, was können wir daraus lernen? Unser erster Punkt vom Kontext heißt, nutze die Zeit ohne Bedrängnis. Nutze die Zeit ohne Bedrängnis. In unserem Text heute in Lukas 22 sehen wir Jesus, der geschlagen, der beleidigt wurde und doch nicht sündigte. Er wurde ungerecht behandelt und doch stand er wie ein König vor dem Hohen Rat und er bekannte sich dazu, König und Messias zu sein. er versagte nicht in diesen Stunden. Man fragt sich, was war eigentlich das Geheimnis, dass Jesus im Gegensatz zu Petrus, denkt an seine Verleugnung, in dem Moment nicht versagte. Ja, er war Sohn Gottes, klar, aber er war auch Mensch, so wie Petrus, so wie wir, unversuchbar. Es war das Geheimnis, dass Jesus die Zeit, wo er zwar innerlich, doch nicht äußerlich bedrängt war, zu was nutzte. In Gethsemane zum Gebet. Wir erinnern uns daran. Und hier rang Jesus im Gebet mit seinem Vater um den vor ihm stehenden schweren Weg am Kreuz. Und Jesus erwachte dabei im Gebet, kurz bevor er gefangen genommen wurde. Und was machen die Jünger währenddessen? Ihr wisst es. Sie nutzen die Zeit ohne Bedrängnis für etwas anderes, nämlich um zu schlafen, obwohl Jesus sie in Lukas 22, 40 aufforderte, betet, damit ihr nicht in Anfechtung fällt. Aber sie achteten das nicht für notwendig, sie ließen sich nichts sagen von Jesus und deshalb versagen sie. Versagte Petrus kläglich, als sie plötzlich in der Nacht in Bedrängnis kam, wo Judas und die Soldaten erschienen, um Jesus gefangen zu nehmen. Das heißt, für auf der einen Seite Jesus standhaft zu sein und auf der anderen Seite versagen, war das Vorbereiten im Gebet eigentlich das Entscheidende und sehr wichtig vom Zusammenhang. Und seht, jeder Schüler, der weiß, dass er nächste Woche eine Klausur schreiben wird, was wird er machen? Er wird die verbleibende Zeit nutzen, um sich auf die Klausur gut vorzubereiten. Kein normaler Schüler, sage ich mal, es gibt schon solche anormale Schüler, die machen das, aber kein normaler Schüler würde sagen, das schaffe ich schon irgendwie, ich brauche die Zeit nicht nutzen, ich kann mich zurücklehnen, ich kann faul sein, ich kann schlafen, lange schlafen, ich brauche nicht zu lernen. Nein, jeder normale Schüler bereitet sich vor und paukt stundenlang den Lernstoff, um vorbereitet zu sein auf diese Klausur, die kommen wird. Wie ist es mit uns Kindern Gottes? Momentan haben in unserem Land noch keine Bedrängnis um unseres Glaubens willen. Wir erleben keine Verfolgung, keine Schwierigkeiten eigentlich. Aber nutzen wir die Zeit jetzt, um uns vorzubereiten im Gebet auf das, was kommen kann, vielleicht in der Zukunft? Seht, wenn der Sohn Gottes es für notwendig ansah, im Gebet zu sein mit seinem Vater und dort zu wachen, und wie viel notwendiger haben wir das als Christen, als seine Kinder? Und wenn wir das nicht ernst nehmen, dann werden wir auch wie die Jünger kläglich versagen, wenn die Zeit der Bedrängnis da ist. Cointum Boom, sie sagte, das Gebet sollte unser Steuerrad und nicht unser Ersatzrad sein. Ein Ersatzrad nimmt man beim Auto nur, wenn man in einer Notsituation ist. Aber mit einem Steuerrad fährt man ständig und so sollte Gebet für uns sein. Ich frage euch ehrlich, wie viel betest du? Wie viel betest du? Ich sage euch auf mein Leben, es gibt immer Potenzial nach oben. Es kann nur besser werden. Und ich denke, für uns als Gemeinde kann es nur besser werden, wenn man an die Gebetsstunde denkt, die oft auch wenig besucht sind. Oder wenn man zum Beispiel einen Livestream mitverfolgt und während der Gebetsgemeinschaft hier im Gottesdienst sieht man manche, die mit ihrem Handy rumspielen oder einfach nur rumschauen. Ja, ich weiß sehr wohl, Gebet ist mehr als eine äußerliche Haltung. Und ich möchte keinen verurteilen. Ich weiß auch, man kann äußerlich eine Haltung haben, aber trotzdem mit den Gedanken ganz wo anders zu sein. Aber ich weiß nicht, ob das so die Ernsthaftigkeit vor Gott ausdrückt, im Gebet zu wachen. Oder wenn ich auch zu Hause vor dem PC sitze, vielleicht den Gottesdienst verfolge und in einer Gebetsgemeinschaft in der einen Hand den Kaffee habe und meine Füße auf dem Wohnzimmertisch liegen habe, ich weiß nicht, wie ernst ist mir das, dass ich wachen soll im Gebet und dass ich mich dadurch vorbereiten soll, auf das, was vielleicht kommen kann. Im Gegensatz zu den Jüngern hat sich Jesus im Gebet auf die Stunden hier im Text vorbereitet. Und er gibt uns ein hervorragendes Beispiel, die Zeit ohne Bedrängnis bis heute zu nutzen. Lernen wir von ihm? Im Angesicht der zukünftigen Bedrängnis sagt Jesus in Lukas 21, 36, so seid alle Zeit wach und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesen allen, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Das Starkwerden geschieht durch Gebet, indem wir in Gebet wachen. Nutzt die Zeit ohne Bedrängnis zum Gebet lernen wir als erstes um standhaft zu sein im Bedrängnis. Das zweite, was wir lernen, im Bedrängnis befiehle dich Gott an. Im Bedrängnis befiehle dich Gott an. Lass uns zum Text kommen in Lukas 22 und die Verse 63 bis 65 nochmal lesen. Da heißt es, und die Männer, die ihn festhielten, verspotteten und schlugen ihn und und als sie ihn verhüllt hatten, fragten sie ihn und sprachen Weißsage, wer ist der dich schlug? Und vieles anderes sagten sie lästernd gegen ihn. Gegensatz zu den anderen Evangeliumschreiber berichtet Lukas keine Einzelheiten von dem ersten Verhör Jesus bei Kaifers in der Nacht, was da geschehen war. Matthäus und Markus gehen da näher drauf ein. Und die hier beschriebene Misshandlung fand offenbar nach dem ersten Verhörsstadt, bevor der Hohe Rat zu seiner offiziellen Verhandlung an Tagesanbruch zusammenkommen konnte. Diese Nachverhandlung war illegal gewesen und danach verließ ein großer Teil des Hohes Rates den Saal der Verhörungen und Jesus erblieb in den Händen der Knechte und Gerichtsdiener zurück. Und das war wohl eine Anzahl von Männern, die normalerweise den heiligen Tempeln in Jerusalem als eine Art Tempelpolizei bewachten. Sie waren auch bei der Verhaftung Jesu dabei und brachten ihn zum Haus des Hohen Priesters. In diesem Haus des Hohen Priesters kann man heute besuchen, gibt es da so eine Luke, wo man runterschauen kann und wenn man da runter geht in diesen Kellerraum sieht man einen Ort, wo wahrscheinlich das gewesen ist, wo Jesus hier gefangen halten wurde. Und ihr seht, da oben sind zwei Löcher in der Wand und nach der Sage sah man sich, dort war Jesus angebunden und dort hat er das erlebt, was wir hier in diesem Text lesen. Aber diese Männer hielten ihn dort über die Nacht fest gefangen und misshandelten Jesus dort auf grausame Art und Weise. Wie machen sie das im Text? Sie machen das zum einen verbal mit Worten und sie machen das körperlich. Und schlimmer kann man wirklich nicht misshandelt werden. Nach jüdischem Recht hätten diese Misshandlung von den Obersten hart bestraft werden müssen. Mehrmals unter anderem in Lukas 18 32 kündigte Jesus den Jüngern an, was er in Jerusalem erleiden muss. Und in der ganzen Leihensgeschichte während Jesus von verschiedenen Menschengruppen verspottet wurde. Und dieses griechische Wort für verspotten beinhaltet auch den Gedanken des Herumspielen. Denkt an eine Katze, die eine Maus erbeutet hat. Und sie spielt dann mit dieser lebendigen Maus bis hin zum Tod. Und genauso spielten diese grausamen Männer mit Jesus. Sie hielten den Sohn Gottes fest. Sie schlugen ihn wohl mit ihren Fäusten. machen, ein Beleidigen seiner Rolle als Prophet. Und es muss deutlich sein, dass was hier mit den Sohnen Gottes geschieht, verstieß gegen jedliches Gebot Gottes und das jüdische Gesetz. Ein Jesus, er war hier noch nicht in einem ordentlichen Gerichtsverfahren für schuldig befunden worden. Und so stand er eigentlich unter dem Schutz des Gesetzes. Und in der jüdischen Rechtsprechung wurde nun mal die Rechte des Angeklagten sorgfältig bewahrt. Aber hier spielt das keine Rolle mehr bei dem Sohn Gottes. Da diese Männer, die eigentlich dachten, Gott zu dienen, von der Macht der Finsternis eingenommen waren. Und Jesus den Hass ihrer Herren deutlich zu spüren ließen. Und das alles zeigt ein Bild des Entsetzen und Grauen erregt und das in jeder Beziehung gegen alles Rechtsempfinden ist. Lukas erberichtet uns im Vers 65, dass diese schrecklichen Dinge, die er beschreibt, noch nicht alles waren. Er sagt, mit vielen anderen Worten quälten sie Jesus über die Nacht hin. Nun, was fällt uns in diesen Versen auf, dessen Ausmaß für Jesus unermesslich war? Was beobachten wir? Lukas erberichtet uns von Aktionen der Männer gegen Jesus, aber was berichtet uns Lukas nicht? Er berichtet uns nicht, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, von einer Reaktion Jesu auf diese Ungerechtigkeit und das ist außergewöhnlich, warum? Schaut mal, wenn ihr kleine Kinder beobachtet, dann ist es eine natürliche Reaktion, dass ein Kind normalerweise sofort zurückschlägt, wenn es geschlagen wird, oder? Also wir haben solche Kinder zu Hause, wenn die sich schlagen, die schlagen sofort zurück. Natürliche Reaktion. Oder wir sehen das an einem Teen, dass wenn jemand ihn beleidigt durch Worte, er normal sofort reagiert und böse Worte zurück feuert. und das ist ganz natürlich und jeder von uns kennt das und selbst in unseren Ehen kennen wir das ganz natürlich. Der eine macht irgendwas und sofort Reaktion. Jeder von uns hat sich irgendwann im Leben nach Vergeltung von Ungerechtigkeit gesehnt und er hat es auch ausgeführt. Warum? Weil Gott den Wunsch nach Gerechtigkeit in unser Herz gelegt hat. Und wenn wir also mit Ungerechtigkeit konfrontiert werden, ist es für uns eine große Versuchung unser Recht, das verletzt wurde, selber zu regeln zu wollen. Und das oft auf einer sündigen Art und Weise. Und deshalb diese Konflikte und Schreitigkeiten auch in unseren Ehen, die oft ganz normal sind. Seht, der Hebräer Schreiber verrät uns, dass Jesus auf gleiche Art und Weise versucht wurde wie wir. War es hier für Jesus eine Versuchung zornig zu werden und zurückzuschlagen mit seinen Worten oder mit Fäusten? Ich denke ja, es war für ihn eine Versuchung aber er tat es nicht bis hin zum Tod am Kreuz tat er es nicht und er blieb ohne Sünde. Woher hatte Jesus die Kraft diese Ungerechtigkeit gegen ihn das alles so geduldig zu ertragen? Lasst uns zum Jesaja gehen zum Buch in Jesaja in Kapitel 50 die Verse 5 bis 7 und ich ermutige euch mit zu aufzuschlagen weil ich sehe einige sind hier ganz schön müde heute morgen Jesaja 50 die Verse 5 bis 7 möchte ich lesen Jesaja 50 sagt prophetisch über den Herrn Jesus Christus was dem Messias ereilen wird Jesaja 50 Vers 5 Der Herr Herr hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht widerspenstig gewesen bin ich zurückgewichen ich bot meinen Rücken den schlagenden und meine wangen den raufenden mein Angesicht verbarge ich nicht vor Schmähungen und Speichel aber der Herr Herr hilft mir darum bin ich nicht zu Schanden geworden darum habe ich mein Gesicht hart wie Kieselstein gemacht ich habe erkannt dass ich nicht beschämt werde und lasst uns gleicherweise zum ersten Petrusbrief gehen 1. Petrusbrief im Neuen Testament Petrus der war ja geflohen vorher im Haus des Hohen Priesters berichtet uns später in seinem Brief in 1. Petrus 2 21 bis 23 und wir haben letzten Sonntag von Clemens darüber gehört 1. Petrus 2 21 bis 23 wo Petrus schreibt denn hierzu seid ihr berufen worden zum Leiden für Christus denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt der keine Sünde getan hat auch ist kein Trug in seinen Mund gefunden worden der geschmäht nicht wieder schmähte leiden nicht drohte sondern sich dem übergab der gerecht richtete wie konnte Jesus das Ausmaß der Ungerechtigkeit und was später noch vermehrt folgen wird wie konnte Jesus das nur ertragen weil nach Jesaja sein Gott ihm half und nach Predus befahl er sich in dieser Ungerechtigkeit selber Gott an dem Gott von dem er wusste dass dass Ungerechtigkeit gerecht richten wird und das war das Geheimnis dass er drauf wie ein Lamm ohne zu sündigen regieren konnte nun wie ist es mit uns Christen wenn um Jesus Willen wir mit solcher Ungerechtigkeit konfrontiert werden stellt euch das vor in Markus 13 Vers 9 kündigt Jesus seinen Jüngern an dass aus sie geschlagen werden und in Apostelschichte 5 Vers 40 sehen wir die Erfüllung von dessen die Jünger wurden genauso geschlagen wie Jesus und das kann auch uns widerfahren vielleicht in der Zukunft aber wie reagieren wir dann darauf ihr Lieben was machen wir dann wir müssen erwähnen es geht hier konkret um das Leiden um Jesu Willen das ist klar natürlich können wir auch die Gesetze in unserem Land gebrauchen wenn wir zum Beispiel Gewalt erfahren an unserem eigenen Leib oder wenn wir beispielsweise missbraucht erleben oder wenn wir bestohlen werden dann dürfen wir auch unsere Gesetze nutzen in unserem Land ja wir können uns wir können um Jesu Willen darauf verzichten und Clemens hat uns letzte Woche von einer Frau berichtet oder erzählt die das gemacht hat sie hat verzichtet auf ihr Recht um ihren Mann zu gewinnen aber wir dürfen bei Unrecht auch von unserem Recht Gebrauch machen beispielsweise auch die Polizei einschalten biblisch begründet kann man das sehen bei Paulus er brief sich auf den Kaiser als römischer Staatsbürger als die führenden Israels ihn vor dem Stadthalter ungerecht war anklagen er er benutzt also seine Rechte die er hatte und wir dürfen das natürlich auch aber es geht hier um konkretes Leiden um Jesu Willen und generell wenn wir Böses erfahren ob für Jesus oder nicht ob wir die Polizei einschalten oder nicht das Böse darf eins nicht es darf unser Herzen nicht überwinden und das ist immer für uns eine große Herausforderung wenn wir damit konfrontiert werden dass unsere Herzen überwunden werden und wir mit Bösen reagieren darauf und es bedarf viel Gnade von Gott damit es unseren Herzen nicht so weit kommt übrigens was Misshandlungen angeht ist diese Stelle hier sehr seelsorgerlich warum denn wenn du vielleicht Misshandlungen in deinem Leben erlebt hast sein es körperlich oder verbal oder sogar beides wie Jesus hier Jesus er kann mitfühlen mit dir als dein treuer hoher Priester und er versteht dich welche Ungerechtigkeit welche Schmerzen welches Leid dir angetan wurde und er leidet mit dir und er weint sogar mit dir auch er hat das erlebt und er hilft uns auch wenn es unermesslich schwer ist in seiner Gnade damit umzugehen und Heilung zu erfahren verstehen viele Dinge und Ungerechtigkeiten nicht die Menschen in ihre Boshaftigkeit anderen zufügen können aber Gott er sieht das alles und wir können uns beständig ihm anbefehlen und dabei Heilung erleben und wenn diese Dinge auf dieser Erde nicht zur Sprache kommen sie werden spätestens vor dem Richterstuhl Gottes und welcher Trost ist das für uns und das Wissen kann uns Ruhe geben es kann Heilung schenken in solchen Situationen und es kann uns auch ermutigen dass wir zu folgenden mit folgender Auffordung reagieren schlag mal mit mir zu Römer 12 die Verse 19 bis 21 Römer 12 die Verse 19 bis 21 hier schreibt Paulus an die Gemeinde zu Rom Römer 12 19 bis 21 recht euch nicht selbst Geliebte sondern gebt Raum den Zorn Gottes denn es steht geschrieben mein ist die Rache ich will vergelten spricht der Herr wenn nun dein Feind Hunger zu speise ihn wenn ihn dürst so gib ihm zu trinken denn wenn du das tust wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln lass dich nicht vom Bösen überwinden sondern überwinde das Böse mit Guten das Gute stärker das Böse zu überwinden sind wir selber dazu fähig wenn wir ungerechtig behandelt werden wie Jesus hier so zu reagieren das Böse mit Guten zu verwenden nein und Jesus weiß keiner von uns ist so stark wie er in dieser Situation er weiß wie bedürftig wir sind nach Gnade wenn wir ungerecht behandelt werden und Gott sei dank dass diese Gnade für alle Kinder Gottes in solchen Situationen reichlich vorhanden ist und dass Jesus dieselbe Versuchung erlebte wie wir und deshalb mitleiden kann mit unserer Schwachheit also zweitens im Bedrängnis befehle dich ständig Gott an wenn du ungerecht behandelt wirst befehle dich Gott an und wirst dir Gott die Dinge zur Sprache bringen eines Tages unser nächster Punkt was uns hilft im Bedrängnis auszuharren ist im Bedrängnis sei dir deiner Stellung und sei dir auch deiner Heimat bewusst lass uns die Verse 66 bis 69 lesen in Lukas 22 die Verse 66 bis 69 er heißt es und als es Tag wurde versammelten sich die Ältesten Schaff des Volkes der hohe Priester sowie Schriftgelehrte und führten ihn in ihren hohen Rat und sagten wenn du der Christus bist so sag es uns er aber sprach zu ihm wenn ich es euch sage so würdet ihr nicht glauben und wenn ich aber euch fragen würde so würdet ihr nicht antworten von nun an aber wird der Sohn des Menschen schützen zu rechten der Macht Gottes zusammen kam der Fall Jesu sechsmal zur Verhandlung dreimal vor einem jüdischen und dreimal vor einem römischen Gericht Lukas berichtet uns nicht von allen Verhandlungen vor dem jüdischen Bericht hier ist die dritte abschließende Verhandlung am Tagesanfang die jedoch Lukas als einzige Evangelist ausführlich beschreibt zum zum pastorfest hatten es die Führer Israels eilig endgültig Jesus beiseitigen zu wollen lange Zeit hatten sie ja das schon beschlossen wir erinnern uns an die früheren Auseinandersetzungen Jesu mit den Pharisäern im Lukas Evangelium und wie sie danach suchten ihn zu töten und jetzt steht ihre Beute steht vor ihnen gefangen aber sie brauchen unbedingt einen Anklagegrund um ihn beseitigen zu können die nächtliche Verhandlung war ja illegal gewesen und deshalb versammelte sich der Hohe Rat am Tagesanfang um den ganzen noch etwas Legalität zu zeigen André von Giliam schreibt uns dass in der vergangenen Nachverhandlung bereits das Urteil gefällt war aber jetzt sollte es vor den Hohen Rat besiegelt werden der Hohe Rat bestand aus 71 Männern wobei der Hohepriester dort Vorsitzende war und um beschlussfähig zu sein war es notwendig dass mindestens 23 Mitglieder anwesend waren an so einer Verhandlung aber im Optimalfall waren es 71 Menschen stellt euch das vor 71 Leute also hier so die zwei Blöcke 71 Leute gegen Jesus in dem Palast des Hohen Priesters versammelte sich der Hohe Rat den Kaifers selber leitete und auch hier brachen die Pharisäer ihre eigenen Regeln und Gesetze warum denn solche Gerichtsverhandlungen dürften normalerweise nicht da stattfinden im Haus des Hohen Priesters sondern mussten in der Halle des Gerichts auf dem Tempelgelände stattfinden und hier war auch gewährt dass die Bevölkerung Zugang hatte zu so einer Verhandlung aber Jesus er musste schnell beiseite geschafft werden und sie missbrauchten ihre Macht um das schnell durchzusetzen Jesus stand also in dieser Verhandlung Sitzordnung war ein Halbkreis gewesen dort in diesem Raum Kaifers in der Mitte und Jesus gefangen bewacht von den Männern die ihn schlugen stehen vor ihnen ein klar bewiesener Anklagegrund brauchen sie und deshalb auch die alles entscheidende Frage von Kaifers an Jesus wenn du der Christus bist so sag es uns der Hohen Priest der durfte Jesus nicht zwingen sich selbst schuldig zu bekennen deshalb forderte er ihn auf und fragte Jesus in Vers 70 direkt ob er der Messias ist und damit wollte Jesus in die Ecke drängen und er forderte von ihm eine klare Aussage Jesus Bekenntnis zum Messias war für sie die einzige Anklage die für das Gericht relevant war ihn zu Pilatus Richtung Tod zu führen eine andere Anklage konnten sie sowieso nicht finden weil Jesus schuldlos war und sündlos Versen 67 bis 69 antwortete Jesus dem Hohen Rat und sagte im Grunde dass es total nutzlos sei mit ihm zu diskutieren an dieser Stelle er sprach er schon mal in einer Nachverhandlung mit ihnen und er wusste sie waren absolut nicht offen die Wahrheit anzunehmen sie glauben bis jetzt nicht dass er der verheißene Messias ist der ist doch in Macht und Tat bewies und wenn er auch das Recht hatte sich als Angeklagter zu verteidigen so wusste Jesus jetzt also gut dass seine Verurteilung beschlossen war und bestehen blieb egal was er sagen würde und sie würden ihm auch nichts antworten und Jesus beklagte sich hier zu Recht um ihre unfaire und ungerechte Behandlung ihnen gegenüber als die geistlichen Führer Israels kannten sie die Verheißung von dem Messias aus dem alten Testament sie wussten zu welchen Wundern nur der Messias fähig war und Jesus hat es bewiesen er ist der Messias und gerechterweise hätten sie ihn schon vorher als Kandidat für den Messias untersuchen müssen aber sie glaubten nicht bis wohl auf zwei Ausnahmen auf Josef von Armitär der später Jesus ins Grab brachte und auch Nikodemus die beiden waren wohl Teil des Hohen Rats aber hier wohl nicht anwesend aber mit dieser Ausnahme und dem Hohepriester Kaifers vorn hinweg glaubte der Hohe Rat nicht dass Jesus der Messias und eine andere Stelle bezeugt uns auch dass noch ein anderer Grund es war warum sie Jesus beseitigen wollen nämlich der Grund des Neides sie waren voller Neid Jesus gegenüber und dass sie Jesus beseitigen wollten war beschlossen und deshalb macht es für Jesus keinen Sinn mehr hier zu diskutieren doch dann nach diesen beiden Aussagen gibt Jesus ihnen einen vollständigen Beweis dass er der Christus der Messias war lass uns nochmal Vers 69 lesen von unammer wird der Sohn des Menschen sitzen zu rechten der Macht Gottes und hier liegt der Herr seinen irdischen Richtern das offene Bekenntnis seiner Gottessohnschaft da und mit dieser Aussage würden sie seine Verurteilung zum Tode begründen es ist hier das letzte Mal dass Jesus sich das Sohn des Menschen nennt und dabei zeigte sich in seinem vollen Glanze der göttlichen Majestät Jesus er hat den größten Ehrenplatz zu rechten der höchsten Autorität der Macht Gottes und Jesus er zeigt ihn damit eigentlich seine wahre Stellung die er hat und an der erneuten Frage ob er der Messias ist wird deutlich dass der hohe Rat das gut verstand aber Jesus erwarnte sie hier auch dass der jenige der von ihnen als der erniedrigte stände von unan zu rechten der Macht Gottes sitzt jetzt noch nicht sichtbar aber später nach seiner Himmelfahrt sehr wohl und wenn dann die Zeit gekommen ist wo dann diese Männer die vor ihm standen vor ihm stehen würden im Gericht Gottes dann wird sich das Blatt gewandt haben wenn sie dann vor ihm im Gericht stehen wird Jesus voller Autorität sitzen zu rechten Gottes und sie werden dann ihre Knie beugen müssen und anerkennen müssen das war er der Herr der Christus der Messias und Gott wird dann seine Feinde zum machen wie Psalm 110 verheißt aber jetzt besitzen sie gerade Macht über Jesus aber hier bezeugt ihn Jesus letztendlich Gott hat die alleinige Macht das letzte Wort und über die Stunde der Macht der Finsternist steht noch immer die Macht Gottes aber erkennt ihr wie in der ganzen Bedrängnis und in der ganzen Ungerechtigkeit die Jesus erlebte er sich seiner Stellung und Heimat immer bewusst war ein schwarzer Prediger erzählte einmal von seinen Vorfahren viele von ihnen wurden auf unwürdige Art und Weise als Sklaven nach Amerika gebracht die Fahrt im Schiff dauerte Wochen es gab keine Toilette an Bord sodass die Sklaven bald angekettet in ihren eigenen Kot standen der Gestank auf diesem Schiff war unerträglich gewesen und als sie dann in Amerika ankamen waren sie dann zutiefst entwürdigt und gebeugt sie wurden dann als Sklaven verkauft um ihren Herrn zu dienen aber auch ein besonderer Schwarzer wurde verkauft nach ein paar Wochen kam sein Käufer zurück und fragte den Verkäufer der Sklaven was ist mit diesem Mann los er ist anders als alle anderen ich schlage ihn und dennoch lässt er sich nicht runterkriegen alle anderen Sklaven sind zutiefst gebeugt er nicht was ist mit ihm er bekam die Antwort als dass er der Sohn eines Königs in Afrika ist und er hat nie vergessen wer er war er hat nie vergessen wer er war egal was in dein und mein Leben kommt vergiss nie wer du bist in Christus welche Würde du von Gott verliehen bekommen hast wenn du an Christus glaubst als Kind Gottes und wenn die Tage kommen dass wir in unserem Land vermehrt leiden müssen für unseren Herrn dann können wir mit diesem Wissen erhobenen Haupt durch die Bedreinnis gehen wie dieser Königssohn und wie unser Herr Jesus Christus selber und vergiss nicht deine wahre Heimat wo das ist nicht Menschen haben über dich das letzte Wort und wie Jesus an einer anderen Stelle sagt sie können nur dein Leib töten aber deine Seele können sie nichts anhaben und deshalb brauchen wir sie nicht zu fürchten sie gönnen dir zwar das physische Leben leben aber nicht das ewige Leben das Christus dir durch den Glauben an ihn und aus reiner Gnade geschenkt hat und dieser Gedanke an die Ewigkeit gibt uns Mut durch schwere Zeiten zu gehen diese Herrlichkeit die an uns Christen offenbart werden soll die gibt uns Mut Leiden um Jesu will verbindet uns mit ihm und das Ganze bringt uns zu mehr Freude auf die Herrlichkeit ich will noch ein Vers lesen aus 1. Petrus 4 die Verse 12 bis 13 hier haben die Christen auch sehr viel Leid erfahren die Und Petrus sagt in Kapitel 4 12 bis 13 Geliebte lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch das euch zur Prüfung geschieht nicht befremden es begegnet euch etwas Fremdes sondern freut euch insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid damit auch ihr in der Offenbarung seiner Herrlichkeit euch jubelt Freude es bringt größere Freude wenn wir auf das schauen was uns in der Ewigkeit erwartet also in der Bedrängnis sei dir deiner Stellung und sei dir deiner Heimat bewusst das ist ein weiterer Punkt was uns hilft mit Bedrängnis auszuharren aber zum vierten werden wir durch das Vorbild Jesu auch noch zu folgenden aufgefordert nämlich der vierte Punkt heißt im Bedrängnis schäme dich nicht für deinen Herrn schäme dich nicht für deinen Herrn lass uns zu Lukas 22 zurück hören die Verse 70 bis 71 nochmal lesen sie sprachen sie du bist also der Sohn Gottes er aber sprach zu ihnen ihr sagt es ich bin es sie aber sprachen was brauchen wir noch Zeugnis denn wir selbst haben es aus seinen Mund gehört der Antwort Jesus zeigt die Frage des Hohen Rates dass sie die Aussage Jesu klar verstanden dass er der meiste Messias ist und Jesus benutzt im Vers 69 bewusst die Anrede des Sohn des Menschen was den Hohen Rat an Daniel sieben erinnert haben musste denn nach Daniel sieben wird der Messias sich so nennen und Jesus bekannte sich dazu damit verstand der Hohen Rat genug um zu wissen dass er damit auch behauptete der Sohn Gottes zu sein und deshalb fragten sie ihn folglich alle in einer Stimme du bist alter der Sohn Gottes und hier bestätigt ihn Jesus in klarer Weise ihr sagt es ich bin es und diese Aussage hier ist im Griechischen eine sehr betonende Art zu sagen ja ich bin es in der Tat und diese Aussage ich bin es musste den Hohen Rat wieder eine andere Stelle im Alten Testament erinnert haben an welche an Mose dem Gott sich offenbarte als ich bin der ich bin und wieder ein klarer Hinweis dass Jesus Gott war was der Hohe Rat sehr gut verstand Jesus gefangen genommen wurde hatte schon mal diese Worte gesagt ich bin es und was ist da passiert erinnert euch alles sind sie umgefallen nach hinten vor seiner Macht hier ist das nicht geschehen aus welchen Grund auch immer aber die Gotteslästerung für den Hohen Rat war hier genug gewesen es braucht keine Zeugen mehr keine Beweise Jesus zu verurteilen sie hatten es aus ihren eigenen Mund gehört und jedoch brachen sie wieder auch hier ihre eigenen Regeln zu einen weil niemand allein auf den Grund seiner eigenen Aussage hin verurteilt werden durfte es mussten Zeugen da sein mindestens zwei drei sie mussten das bestätigen aber auch das wurde missachtet und zum anderen war die Anklage auf Gotteslästerung nur gültig wenn der Angeklagte den Namen Gottes buchstäblich ausgesprochen hatte ohne das Aussprechen des Gottesnamen Jahwe konnten niemand der Gotteslästerung angeklagt werden und Jesus hat das nicht eindeutig gemacht in der Verhandlung und deshalb durfte die Anklage der Gotteslästerung nicht erhoben werden aber auch hier spielt das keine Rolle mehr Jesus muss weg und er war nach ihrer Auffassung des Todes schuldig auch wenn sie das hier nicht aussprachen es bleibt beim Urteils spruch der ersten Sitzung der Nacht nach ihrer Ansicht ist Jesus wegen Gotteslästerung des Todes schuldig das Vorhaben das schon lange vorher beschlossen war wird jetzt sofort umgesetzt und auch hier wieder ein Brechen der eigenen Gesetze denn im Fall wo eine Todesstrafe verhängt wurde mussten zwischen der Verhandlung liegen der Grund dafür war mehr Zeit einzuräumen falls noch Informationen kommen würden die für die Unschuld des Angeklagten sprächen und aus dem selben Grund durfte die Verkündigung der Todesstrafe wiederum erst drei Tage später geschehen aber alles zählte nicht mehr Jesus musste schnell beiseite geschäft werden wie grausam wie viel Finsternis diese Menschen beherrschte wie viel sie bereit waren alles zu brechen um Jesus beiseite zu schaffen dem endete die religiöse Verhandlung hier es gab nur das Problem dass sie neben Pilatus später als Jesus vor das zivile Gericht kam daran nicht interessiert sein wird dass Jesus für schuldig befunden wurde der Gotteslästerung und deshalb mussten sie auch noch einen anderen Anklagegrund finden aber deshalb das hören wir in nächsten Predigen jedoch werden von unseren Herren wie er sich in aller Bedrängnis bekennt zu dem was er ist und das ist genau der Gegensatz zu Petrus oder der Menschenfurcht erlag und Jesus dreimal verleugnete und sich für ihn schämte und Menschenfurcht wird auch uns eine Falle stellen wenn es an uns ist und es gilt unseren Herrn zu bezeugen und sich nicht für ihn zu schämen Jesus war als sündloses Lamm Gottes frei von all dem warum weil er seinen Gott seinen Vater kannte und er wusste die Macht Gottes ist größer weil er wusste wer sein Vater ist und weil Gott für ihn groß war war Menschen für ihn klein in dem Moment sodass er bewusst sich bekannte als der Messias mit dem Wissen das Leben kosten wird wie groß ist dein Gott wie groß ist mein Gott in deinem Herzen ist er für uns klein werden Menschen groß sein groß und du wirst Menschen fürchten sodass wir unseren Gott verleugnen und wir uns wie Petrus schämen müssen aber wenn wir Gott und seine Macht kennen und er groß ist für uns haben wir Furcht vor ihm und nicht vor Menschen und das ist die Lösung für Menschen Furcht der Bedrängnis habe keine Furcht vor Menschen sondern bekenne dich klar zu Jesus Christus kenne deinen Gott der mit dir geht ein Gott er hat uns nicht einen Geist gegeben der Furcht sagt Paulus Timotheus und wir sehen das auch in den Jüngern wo sie total verändert wurden was Benny uns vorher dargelegt hat wo Gott ihnen den Geist gegeben hat sie waren voller Bekenntnis sie waren voller Freimat sich zu Jesus zu stellen später also bekenne dich im Bedrängnis schäme dich nicht für deinen Herrn sondern bekenne dich ganz klar zu ihm ich möchte eigentlich noch auf einen fünften Punkt eingehen aber diesen fünften Punkt lassen wir heute mal sein denn ihr seid wirklich müde heute morgen sehe ich an euren Gesichtern und wir freuen uns ja auch weil wir einen Gemeindetag haben und deshalb möchte ich diesen Punkt nur abkürzen denn der Hebräerbrief schreibt uns dass wir im Bedrängnis an unseren Herrn Jesus Christus denken sollen damit wir Mut bekommen aber ihr könnt die Stelle selber lesen in Hebräer Kapitel 12 die Verse 1 bis 3 und dass uns das Mut gibt wenn wir im Bedrängnis an Jesus denken der das selber lebt hat Harre aus im Bedrängnis war unser Thema heute morgen wir haben fünf Dinge gelernt in fünften Punkt nicht so eindeutig aber wir haben gelernt auch wenn der Gegenwind in unserem Land zunehmt für uns Christen nutze erstmal die Zeit ohne Bedrängnis wir leben heute ohne Bedrängnis und jetzt heute breite dich im Gebet vor wie Jesus das Tat in Gethsemane zweiter Punkt in Bedrängnis befehle dich Gott an denn Gott er wird jede Ungerechtigkeit richten eines Tages und das gibt uns Ruhe in dem was wir erfahren als Christen welche Ungerechtigkeiten uns zugefügt werden drittens in Bedrängnis sei dir deiner Stellung und Heimat bewusst vergiss niemals wer du bist in Christus und was die Herrlichkeit ist die dich erwartet eines Tages und das ist nicht zu vergleichen zu dem was wir auf dieser Erde erleben es ist nicht abzuwägen viertens in Bedrängnis schäme dich nicht für deinen Herrn bekenne dich klar zu ihm und weiche nicht zurück wie unser Herr das selber gemacht hat und fünftens in Bedrängnis denke an deinen Herrn damit du Mut bekommst Jesus er ist unser großes Vorbild in Bedrängnis in Ausdauer auszuhalten und wir als Gemeinde wir halten daran fest dass die Entrückung ja vor der großen Trübsalszeit geschehen wird aber bei dem was alles Schreckliches über die Erde kommen wird glauben wir nicht dass wir nicht dennoch in schwere Leiden und in schwere Bedrängnis um Jesu Willen kommen können denk nochmal an die Einleitung Glaubensfreiheit ist der Ausnahmezustand aber nicht der Normalzustand für ein Christenleben und der größte Teil der Christen über 260 Millionen in unserer Welt erleben das verfolgt und bedrängt zu sein um Jesu Willen und der Gegenwind kann für uns stark zunehmen auf das müssen wir uns einstellen und wir merken wie sich die Zeit verändert und wir müssen uns darauf einstellen um Jesu Willen zu leiden so zu so 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 ist so finden auch wenn das keiner von uns möchte aber unser Herr will uns mit seinem Umgang im Bedrängnis lernen dass auch wir darin siegreich und erhobenes Hauptes sein können und wie das geschehen kann haben wir gesehen anhand dieser Punkte lasst uns aufstehen zum Gebet ich möchte abschließen unser Vater im Himmel wir haben uns heute dein Sohn angeschaut als Trockenübung kann man sagen als Übung die für uns heute noch nicht wirklich Realität ist aber Vater du siehst die Zeiten in denen wir leben und vielleicht kommen in der Zukunft andere Zeiten auf uns zu als Christen in diesem Land und Vater wir sitzen heute noch hier auf den Stühlen ganz ruhig aber wie wird es dann sein Vater werden wir standhaft sein Herr hilf uns dass wir uns heute schon vorbereiten im Gebet stehen und wachen im Gebet und stark werden dass uns nichts umhauen kann danke Jesus für dein großes Vorbild dass du durch Bedrängnis gegangen bist ohne zu sündigen dass du das alles ausgehalten hast um uns zu retten um uns Erlösung zu bringen uns Freiheit zu schenken von der Macht der Finsternis von unseres Schuld und Sünde Herr wir schauen auf dich und wir bekennen wir bekennen uns dass wir schwach sind dass wir sündig sind dass wir nicht so sind wie du bist und dass wir dich brauchen und deine Gnade danke dass diese Gnade reichlich vorhanden ist für uns und dass wir von dir lernen dürfen Amen